Ich hoffe, ich treffe dich nicht. Das könnte besser sein. Was ist für deine Hände? Das wird teuer für die Versicherung. Das wird verdammt. Wow. Hallo, zurück zu der Kickbox mit Rurik Gislason. Heute sind wir bei der zweiten Challenge. Die erste hast du ja leider gewonnen. Ich probiere heute noch mal mein Glück. Heute geht es um Geschwindigkeit. Rurik und ich versuchen so nah wie möglich an vorbestimmte Geschwindigkeiten zu kommen. Es gibt einmal 40 kmh, 60 kmh und 80 kmh. Wer näher dran ist, gewinnt die Challenge. Ja, es ist ziemlich warm hier in Sandhausen und die Sonne strahlt auch. Also müssen wir ein wenig improvisieren. Ich bin quasi der Schattenwerfer für dieses tolle Teil hier. Und Rurik wird jetzt mal beginnen mit 40 kmh. Rurik 40 kmh. 39 kmh. Oh, ja. Ziemlich gut. Ja, es könnte besser sein. 39 kmh ist wirklich, wirklich gut. Von wo? 40 kmh. Ja, ich hoffe ich treffe dich nicht. Das wird teuer für die Versicherung. 50 kmh. 50 kmh. 50 kmh? 50 kmh? Nicht so schlecht. 50 kmh. Ja! Fuck! 80. Wow! Puh! Ziemlich gut! Jetzt, final! Wieder tiefe! Was habe ich? 73. Komm schon. Okay. Langsam, langsam. Woah! Oh, 73 wieder! Ja! Oh, no way! Ja, also jetzt gerade schon wieder unentschieden. Ich weiß nicht, was heute hier los ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt beide noch mal die 80 kmh probieren und vielleicht hätte ich dann endlich einen gewinnen. What's up with your head? 94. Okay. That was really bad. Jesus! Here we go! Congratulations! Danke, danke! Gut gemacht! Ja, wir kommen jetzt zu unserer obligatorischen Kickbox-Challenge. Wir beide treten gegeneinander an. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Aus 8 Metern. Das ist die Kickbox. Ah! Wow! So, was do you think? How many tries do you need? Quite a few. Okay. More than 10! More than 10! More than 10! Oh! The second one! Yeah! But, äh, kann ich jetzt auch nochmal nehmen, ne? Ich hab's in zwei, ne? Ja. I'm sorry. Okay. I'm so sorry. Wir kommen jetzt zu unserem Gong-Schuss. Hurrik, du hast drei Schüsse aus ca. 25 Metern und musst versuchen, dieses runde-schöne Ding in diesem Tor zu treffen. Ich wünsche dir viel Erfolg! Dankeschön! Das ist gut genug. Vielleicht mit ein bisschen weniger Power. Weniger Power? More like a chip? I don't know. Just a tip. Problem ist die Richtung. Aber ich höre den Gong. Okay, letzte. Fuck me. Kickbox was good. Schade. This was shit. Das war ein bisschen leichter Rechtsstrahl. Ja. Right top, right top, right top. It's like when I play golf. Ja. So, die zweite Challenge hab dann tatsächlich ich gewonnen. Das heißt, Hurrik, ein Post bei dir auf Instagram. Ja, also auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbeischauen. Der ist, Hurrik, gehst du davon? Einfach der Instagram-Account? Yes. Yes. Also, da auf jeden Fall vorbeischauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall abonnieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Bis nächstes Mal. Tschüss!